Oh ja, er ist auf 2070 runtergegangen. 100 pro 100. Wow. Er hat aber trotzdem massiv lag. Unser Windstreak ist wahrscheinlich mit dem lag vorbei. Ja, also im anderen Team ist auch ein Hypinger. Vielleicht hat er ja auch so lag. Das wird es dann ausgleichen. Ja, ich habe gerade auf dem Gang der Drohne zerstört. Oh, ich habe auch einen Ping gerade gehabt. Ah, ne, ich bin nur mit dem anderen Typen zusammengelaufen. Deswegen. Ah. Ich wollte schon sagen, seit wann ist ein 10er-Ping Kacke? Ich bin nicht gerne entdeckt. Wo ist die Drohne? Ich glaube, ich habe hier eine im Raum gerade kaputt gemacht. Vielleicht war das die, ja. Nice. Okay, also Ares to God. God is schon rum. Hier ist Osa. Ah. Mag er, war nicht schlecht. Okay. Average Xbox God, äh, wurde gelieft. Ja. Ja. Auf dem Dach gegenüber feint nichts los zu sein. Da ist er wieder. Yay. Wollte ich hier gerade auf die Echo-Drohne schießen. Nee, nee, nee. So nicht. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Okay. So, Bär. Oh. Oh, wird ja mal verhört. Ja. Mhm. Er hat sie die ganze Zeit auf der Treppe liegen lassen. Und das ist das, was wir gehört haben. Okay, Jana ist da hinten irgendwo. War das auf meinem Gebäude? Ja, das war auf jeden Fall noch. Ja. Alter, wie schnell hat Ares to God die Position gewechselt? Na, er ist halt the God. Ja, trotzdem. Nein. Ich habe sie auch getroffen. Auf dem Dach? Ja. Die ist da, die Ecke. Nein. Schade. Ich dachte, ich kann sie holen, weil sie gerade ihren Replikator angemacht hat, aber der ist in dem Moment auch kaputt gegangen. Ja, genau. Ja, okay. Sie war auf jeden Fall angeschlagen. Ich bin zwar der stark gepanzerte Dude, aber irgendwie... Ich wurde hier von der Drohne gespottet. Ich weiß aber nicht genau, wo sie steht. Oh, da bist du. Wo packe ich meine dritte Falle hin? Äh, am Fenster oder einfach in den Flur. Ja, vielleicht nehme ich das Fenster hier. Hier sind welche. Was macht Average Xbox Luke da bei mir? Äh... Wahrscheinlich lag. Nicht mehr. Ja. 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 Das war meine zweite Drohne. Das war meine zweite Drohne. Scheiße. Ja, bei dir ist aber trotzdem aktuell relativ safe drinne. Mhm. Das war auch jetzt das dritte oder vierte Mal? Ja, dürfte keine mehr haben. Da haben wir Wasser auf. Ja, ich habe so ein bisschen begrenzt, was aufgeht. Sehr schön. Äh, Jana ist auf Klo. Okay. Okay. Der Replikator oder die richtige? Die richtige. Okay. Ich habe sie einmal angeschossen und sie hat geblutet. Apfius. Das war der Replikator. Das war der Replikator. Ah, hier ist Ares. Okay. Okay, Oben. Ares, wo ist. Ja, die Treppe, die er runterkommen muss. Wow. Sauerbar. Jana stand in der Dusche. Ich hätte fast nicht reingeguckt. Da oben. So, da kommt die Treppe runter. Er kann die Treppe runter. Auf die hier. Woop, woop, woop. Wo muss es sein? Die Treppe. Ja, genau. Welche Treppe sonst? What the fuck? Das wäre das erste Mal. I'm not that dumb. No, no. Ich, äh, mir ist bewusst. Ich bin hier schwer, ähm. Bilder auszupfen. Bilder auszupfen. Hast du denn jetzt inzwischen das mit dem Hund wie Broker spielen? Nein, das konnte nicht so. Was ist? Bei Drohnen, ich treffe keine. Oh, ja. ok nein nicht nice ich guck da mit der kamera hin wir sind da hinten nein das wird sehr ärgerlich da sind noch zwei leute matthi hat das geknallt wo es jetzt reingekommen jana ist hier draußen am eingang und dann hat sie den fehler gemacht sich ins schussfeld zu bewegen aber wäre kam er im ersten stock entgegen ja ok perfekt aber kaviera trifft wurden genauso wie ich die haben aber die haben meine drohne kaputt gemacht ja mozzi hat jetzt selber eine drohne kaputt gemacht naja man muss es nicht verstehen der ist mozzi von denen 6 6 level 57 und keiner liegt den punkten der könnte tatsächlich fresh out of noob sein hm hm i found a rabbit also ja did you not find rabbits was ne das überlass ich äh lion ne das überlass ich äh lion ne eine frostfalle weniger mhm mhm ich kann natürlich mal ach verdammt die kamera hat mich gesehen ah fuck smoke war im empfang direkt mit nice average xbox noob hat den ersten da ist aber noch ein zweiter nein aaaah ich wurde mir in der schuss connect ne 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 warum denn ne 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 da kommt frost von links oder rechts weiter gelaufen da wo gepinkt war ok umgedreht um den pink zu suchen ja ok ja ich konnte auch nicht ein ja es wäre sogar noch von hinten gewesen also frost kam aus der selben richtung wie mozzi ja mhm den wollte ich gar nicht spielen den wollte ich spielen und wer will dein zxxw zxw das geht mehr ich weiß ja und why keine ahnung um dich zu beleidigen wahrscheinlich nö das könnte er ja auch jetzt tun ja aber dann wird er nicht gebant wenn er das gegart macht aber er könnte mir auch einfach so eine Nachricht über die soft checken echt ja ok dann verstehe ich den move nicht ich auch nicht aber das hatte ich schon häufiger dass Leute ähm wir haben Capvera ja sie haben Capvera ja sie haben Capvera und Capcam ich habe schon gesagt dass dass Leute vorne sein wollten nachdem man mit ihnen gespielt hat selbst wenn man gegen sie gespielt hat mhm ich denke das ist eine Regel aber also was soll ich den Leuten 10 Punkte da haben wir jemanden ich konnte leider gerade den Namen nicht lesen nochmal 10 äh vielen Dank auf jeden Fall fürs Fol- ah da warte JP Performance vielen Dank für den Follow genau vielen Dank so klingt ein bisschen wie dieser Name von diesen Autotypen von dem Lennart immer redet JP Performance ja genau ja 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 der folgt euch nice ok hm 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 hier voll blicken und nur wenn man sie drinnen rein was ist das hier Dronen springen auf hm 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 soo die Außenwand hier ist auf ok auch da ist Kapkan oh hier wird jetzt geplantet auch noch Kapkan auch noch Kapkan oder auch nicht ich glaube ich habe gerade eine eigene Nummer nein nein auf der Treppe müsste er gewesen sein auf der Treppe müsste er gewesen sein nein das KW ja jetzt und sie war unten noch aber sie wird hochkommen na sie kam von der Seite nein sie kommt von nein aber schafft sie nicht mehr ich weiß nicht ob die Zeit gestoppt wird nein 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 das haben wir schon häufiger gehabt nice der echte Faker sagt er mhm